Wir sind auf dem Burgenhof, um Edith Anno zu Niedertiefen. Er ist seit bald 20 Jahren Bio-Weidenbeif-Produzent für uns. Wir sind hier in der Bio-Weidenbeif-Herde. Während der Vegetationszeit sind sie mindestens 8 Stunden am Tag auf den Wesen, dass sie Gräse fressen können. Im Winter sind sie im Stall, aber auch ohne Anbindehaltung, in Gruppen gehalten und haben täglichen Zugang zum Auslauf. Wir legen grossen Wert auf Schweizer Fleisch und das Tierwohl ist uns genauso wichtig. Wenn Sie ein feines und ein zares Fleisch bekommen, erleben wir uns richtig Zeit für die Lagerung. Zum Beispiel behauft viele und ordnet Gott, dauert das mindestens 4 Wochen. Wir haben Weidenrind plus Bio, plus aus der Region und für die Region, plus die traditionelle Knochenreifung. Das ist die Qualität und besser geht es nicht. Immer sehr fein ist unser köstlicher Fleischress. Mit speziell konzipierten Backhöfen erreichen wir eine wunderbare Backkruste. In unserer Manufaktur werden Produkte wie Vitello Donato und Tartar in feinster Handarbeit hergestellt. Unsere Stolz ist unser Olmerbrotwurst. Für sie verwenden wir nur regionales Rohmaterial, inklusive der frischen Milch. MIGROMETZG ist der Image-Träger bei uns im Supermarkt. Bei uns läuft immer etwas. Degustationen, Themenwochen und Koch-Events. Wir schneiden, wir schnetzeln, wir klopfen, wir hacken. Zum Beispiel bei einem Gordoblöd dürfen Sie wählen, was für ein Käse das da kommt, was für ein Schinken. Selbstverständlich geben wir Ihnen einen Koch-Tipp mit auf den Weg. Wir kümmern uns auf den Weg. Wenn Sie das, was würden Sie sehen, oder? Wir kümmern uns auf den Weg. Wir kümmern uns auf den Weg. Wir kümmern uns auf den Weg. Ja, dann normalerweise vielleicht. Ich habe die Möglichkeit, die Läuble und die Läuble und die willkommen verwendet hat.